Kokain-Cowboys. Eine Geschichte um Kilos und Killer. Sie können ohne den Stoff nicht leben, aber sie bezahlen dafür mit ihren Nasen. Hör zu. Meine Jungs haben mit Drogen nichts mehr zu tun. Kokain-Cowboys mit Jack Palance, Tom Sullivan, Andy Warhol und Susanna Love. Niemand verliert Koks im Wert von zwei Millionen Dollar. Hinde den sofort los! Seid ihr jetzt völlig übergeschlappt oder was ist los? Wir haben nicht nur zwei Millionen verloren, sondern noch einen Toten am Hals. Vielleicht ist der Grund, warum sie nichts finden, der... Weil vielleicht wurde gar nichts abgeworfen. Weißt du, wir müssen das Konzert von heute Abend absagen. Einige der Instrumente funktionieren nicht und der Verstärker auch nicht. Wir wollen endlich die 20 Kilo. Also hör jetzt bitte mit deinen Geschichten auf. Was soll das? Das ist ein Kilo, Phil. Du kannst mir vertrauen. Was soll das heißen? Ich hab schließlich 20 Kilo bestellt. Flipp nicht aus, Mann. Wir wollen raus. Dieses Doppelleben macht uns noch alle ganz verrückt. Ich werde dir das verdammte Gehirn ausblasen! Kokain Cowboys. Ein Film, der sie umhauen wird.